Ich habe auf Twitter mal gefragt, was die Leute aus dem Bauch raus raten würden, wie viele Schülerinnen es am Gymnasium gibt im Vergleich zu der Anzahl an den beruflichen Schulen. Und tatsächlich haben die allermeisten, also zwei Drittel, geglaubt, dass es mehr Schüler an Gymnasien gibt. Und das stimmt nicht, es gibt mehr Schülerinnen und Schüler an beruflichen Schulen. Bei allen Schwierigkeiten, die man jetzt irgendwie an der Messung noch haben könnte, glaube ich, dass das eine starke Verzerrung in der öffentlichen Debatte widerspiegelt. Nämlich, dass wir ganz viel öffentlich, politisch, medial über das Gymnasium diskutieren und über das Abitur sprechen und viel, viel weniger über die beruflichen Schulen. Und das ist der Grund gewesen, warum ich nochmal aufgeschrieben habe und jetzt hier im Video erkläre, was meine Erklärung ist, woher diese Verzerrung kommt. Denn auch in Corona-Zeiten hat man ja ganz, ganz viel tatsächlich über das Abitur und die Abiturprüfungen und das Abitur und die Abiturprüfungen und das Abitur und die Abiturprüfung gesprochen. Und man hat 2020 zu dem Corona-Jahrgang, die irgendwie ein Mangelabitur haben könnten, erklärt. Und nachdem das jetzt nicht so gut geklappt hat, habe ich jetzt erste Berichte gesehen, dass man den Jahrgang 2021 zum Mangeljahrgang erklären will etc. Jetzt kann man über den Unsinn dieser Abiturfixierung sprechen, aber tatsächlich habe ich mal aufgeschrieben, warum denn tatsächlich diese berufliche Schulblindheit da ist. Also auch in Diskussionen kommen die beruflichen Schulen ja selten selbst zu Wort. Und ich glaube auch, sie melden sich selten selbst zu Wort. Das weiß ich nicht so ganz genau. Aber es ist so, dieses Bild ist quasi ein stummer Riese, die beruflichen Schulen. Und eine Erklärung, es gibt zwei Erklärungen. Die eine ist relativ nüchtern, die andere spekulativer. Die nüchterne heißt, berufliche Schulen ist viel komplizierter oder differenzierter als System. Also ich habe vor ein paar Jahren mal tatsächlich einen Vortrag gehört, wo mir erklärt wurde, wie berufliche Schulen aufgebaut sind, was es alles dazu zu wissen gibt, was für unterschiedliche berufliche Schulen es gibt und so weiter. Also es gibt ja beispielsweise auch Gymnasien, Fachgymnasien, um mal nur diesen Punkt aufzumachen, wo es schwierig wird, zwischen Gymnasien und beruflichen Schulen zu unterscheiden. Aber ganz, ganz schwierig ist es sozusagen, wenn man das nicht selbst aus eigener Erfahrung kennt, das zu verstehen. Während Gymnasium und Abitur alle verstehen. Vielleicht irgendwie mit 12 und 13 und Fachabi oder wie heißt jetzt das und so weiter, ist dann nochmal eine Nummer komplizierter. Aber ansonsten ist das Gymnasium relativ einfach zu verstehen. Jetzt lange Rede kurzer Sinn. Ich glaube, dass diese Verzerrung in der öffentlichen Debatte einfach daherkommt, dass die meisten Menschen, die die öffentliche Debatte bestimmen, das Gymnasium kennen aus eigener Erfahrung, aber nicht berufliche Schulen. Dass, weiß ich nicht, Menschen, die in Parlamenten sitzen, dass Menschen, die in Zeitungsredaktionen sitzen, Menschen, die in Talkshows gehen, Menschen, die über Talkshow-Themen bestimmen, Menschen, die, keine Ahnung, Wahlplakate entscheiden und so weiter, dass die viel häufiger ein Abitur-Hintergrund haben. Dass die in ihrer eigenen Vergangenheit, vielleicht in ihren eigenen Familien, vielleicht in ihrem Freundeskreis etc. mehr Abitur kennen, als berufliche Schulen kennen. Und dass sie einfach aufgrund der persönlichen Betroffenheit und Nicht-Betroffenheit die beruflichen Schulen nicht so stark auf dem Schirm haben. Klingt etwas banal, aber möglicherweise ist das die Erklärung dafür, dass wir dieses große, ungleichgewichtige Verzerrung in der öffentlichen Debatte haben. Widersprüche oder Ergänzungen sehr gerne, am liebsten als Kommentar. wir schauen, am liebsten als Kommentar. Und dann ist das die Ergänzungen sehr gerne, wenn wir die Ergänzungen sehr gerne, also hier eine Abitur-Hintergrund haben. Und dann ist das die Ergänzungen sehr gerne.